Digga, das hat ja wirklich überhaupt nichts mit Natur zu tun, Digga. Wieso hat das Ding 4,5 Sterne online? Oh, ich bin angekommen, Alter. Vier Stunden Fahrt haben sich ja richtig gelohnt. Ja, Mann, die Baustelle, die sieht echt schon spektakulär aus, Digga. Also aktuell sieht mir das hier nicht so nach einem Erlebnis aus. Und das habe ich bekommen. Rosenkarten Köln? Ich war da und werde auch nicht wiederkommen. Und es gibt hier einfach nichts. Einfach gar nichts. Null. Holy shit, Toilette, lol. Lol, lol. Der heilige Schiss, Toilette. Hallo? Gut, niemand drauf. Oh. Oh. Oh, ist unfassbar widerlich, der Gestank. Oh.